Wollt ein Regisseur mich sprechen, würde er sich das erfrechen. Könnt ich mich für alles rächen und wär nie für ihn zu sprechen. Wollt ein Regisseur, legt die Garbo auf dem Knie, hingestreckt und fleht sie, lass mich auch noch gelten, wie nie, nie. Nun bin ich mal Sechserpil, sowohl en fast als auch profil. Und nun hab ich mal das Gefühl von Außenwach, von innen Kiel. Zur Hälfte Piel, zur Hälfte Sechs. Sechs, ein Richtgast, Sechs-Appeal-Komplex. Ich hab erreicht das Hohenziel am ganzen Körper. Sechs-Appeal und sieben-Appeal und acht-Appeal. Fast bin ich schon von Sechserpil, das Geigentil.